Hallo, herzlich willkommen auf der Single Couch 2022. Wir sind hier auf dem Goldbuden-Volksfest in Straubing und der Julian neben mir, der sucht eine Traumfrau. Und Julian, erzähl mal, wie alt bist du, wo wohnst du und was machst du beruflich? Stell dich mal vor. Ja, ich bin der Julian, bin 29 Jahre alt, komme aus Rostal, das ist bei Nürnberg in der Gegend, zu 10, 20 Kilometer davon entfernt. Und ich bin Controller in einer Firma für einen Einzelhändler. Alles klar, wie soll die Traumfrau ausschauen, beschreib mal. Ja, ich habe keine Vorstellungen, sie muss einfach hübsch sein, sie muss ein gutes Lächeln haben, schöne Augen und ja, das war es eigentlich schon. Und wenn du sie auf ein erstes Date mitnimmst, wo gehst du denn mit der Frau hin? Am besten gehe ich mit ihr im Park spazieren, unterhalte mich mit ihr, dass ich viel von ihr kennenlerne. Ja, und dann, ja, mal schauen wir, was der Abend so gibt, vielleicht noch in eine Bar, was trinken und dann ganz gemütlicher Abend. Und bist du eher der so romantische Typ oder bist du gern romantisch unterwegs oder sagst, nee, so bist du eher, wie soll ich sagen, mehr auf Power aus? Ich würde sagen, der romantische Typ und ja, sie soll sich überraschen lassen, weil wenn ich jetzt hier zu viel verrate, was macht mir das für Sinn? Okay, also, Ladies, wer Interesse hat, bitte schreiben, nochmal schön in die Kamera lächeln. Sehr gut! Ciao!